Jo Leute, was geht's? Freunde, heute gibt's auf jeden Fall Easter Eggs in Disney-Filmen, die du nicht wusstest. Wir gucken uns das Ganze auf Kanal von Mentale Zuflucht an. Lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Alle wissen, dass die Filme des Disney-Universums voller Querverweise sind. Aber glaubt uns, viele davon werdet ihr nicht ohne fremde Hilfe entdecken können. Heute erzählen wir euch, welche spannenden Easter Egg-Pixar-Animatoren in ihrem neuesten Werk Luca eingebaut haben, sowie von vielen weiteren Versteckten. Da bin ich mal sehr gespannt. Das Video ist schon ein bisschen älter. Also ich glaube, der neueste Film, der bei dem Video war, ist dieser Luca-Film. Habt ihr ihn gesehen? Sehr nicer und angenehm zu guckender Film. Der hat mir so ein bisschen Italien-Urlaub-Vibe gegeben. Botschaften in euren Lieblingsfilmen, die ihr möglicherweise jahrelang übersehen habt. Lasst uns loslegen. Diese rührende Geschichte über die Abenteuer zweier Jungs an der italienischen Rivera ist die neueste Pixar-Produktion. Deren Drehbuchautoren nahmen sich anscheinend vor, ihre Kreativität voll auszuleben und spickten den Film mit diversesten Andeutungen. Hier ist zum Beispiel der Taucherhelm, den die Hauptfiguren von Luca tragen. Er kennt ihr ihn wieder? Das ist doch der Zyklop aus Spongebob, oder? Oder sieht ein bisschen aus wie der aus Bioshock, weißt du? Dieser Big Daddy. Das ist doch eins zu eins das Holzchen, in dem sich Nemo langweilt, während er im Aquarium in der Praxis des Zahnarztes Philip Sherman wohnt. Im computer-animationsfilm gibt es auch einen Moment, in dem Luca mit einem Fluggerät über die Stadt fliegt, das sofort an einen Entwurf von Leonardo da Vinci denken lässt. Genau in dieser Szene ist ein weiterer versteckter Hinweis zu finden. Jämlich eine Holzpuppe, die in Gesellschaft von Katzen... Oh, das ist Pinocchio, ne? Oh, und dieser Zirkusdirektor... Ja, gut, das siehst du. ...und Fuchs durch eine alte Gasse geht. Auch wenn die Charaktere ein wenig verändert aussehen, sind es eindeutig dieselben, die wir aus Pinocchio kennen. Und wenn man bedenkt, dass Pinocchio auf einem italienischen Märchen basiert, erscheint diese Querverbindung zwischen den beiden Produktionen durchaus logisch. Eine weitere Querverbindung... Oh mein Gott, seht ihr es? Ich sehe es, Leute. Guckt mal da unten links. Das ist Donald Duck. Oh, ey, mir ist das gar nicht aufgefallen. Obwohl er offensichtlich hier steht. Zu einem Disney-Klassiker ist die Donald Duck-Figur im Zimmer von Julia, einer Freundin der beiden Hauptfiguren. Der Pixar-Hit aus dem vergangenen Jahr, Soul, hat eine derart bewegene Handlung, dass vermutlich kaum jemand auf die Idee kam, nach Easter Eggs darin zu suchen. Schade eigentlich. Der Film hat ganz viele davon, aber längst nicht alle davon sind leicht zu entdecken. So wie in der Szene, in der 22 im Körper von Joe Gardner fasziniert einem Straßenmusiker in einer U-Bahn-Station lauscht, eine mysteriöse Zahl als Wagen-Nummer auftaucht. Na, klingelt's bei euch? Was? 2319? Nö, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Das ist doch eine Anspielung auf die Monster AG. In diesem Trickfilm wird nämlich der Code 2319 bei Gefahr einer menschlichen Kontamination verwendet. Darüber hinaus gibt es im... Achso, okay. Monster AG habe ich als Kind mal gesehen. Das ist so lange her, dass ich noch mitbekommen habe, wie mein Vater auf meinem Windows XP PC ein Hintergrundbild von Monster AG reingestellt hat. So lange ist es her. Das ist sehr lange her. Sehr lange. Im Film eine interessante Szene, in der Joe's Seele zum ersten Mal im Jenseits landet. Bald darauf wird sie von 22 in The Hall of Everything geführt. Es ist ein Ort, an dem alle Gegenstände der Welt zu finden sind. Es wäre komisch gewesen, wenn die Soul-Macher nicht die Gelegenheit genutzt hätten, diese Szene mit Anspielungen auf andere Pixar-Filme vollzupacken. Aber das taten sie. Hier ist unter anderem der Pizza Planet Truck zu sehen. Zum ersten Mal war er im Debütfilm der Pixar-Animationsstudios Toy Story zu sehen. Ah, Pizza Planet. Yo, okay. Hab das, glaube ich, mal gesehen, ja. Aber das nicht irgendwie... Hilft einem immer aus? I don't know, Leute. Ich weiß es nicht. Ich habe nur Toy Story 2 gesehen. Rund eins ein bisschen. Das erscheint seitdem in fast allen Pixar-Werken. Außerdem tauchten dort der Wal, den Dory aus Findet Nemo auf Walisch anzusprechen versuchte, der komische Fels aus Cars, der... Der Fels aus Cars. Ah, jau, der Fels ist tatsächlich drin. Ja, passt. Der Axiom-Raumschiff aus Wall-E, das Cinderella-Schloss aus dem Disney-Logo, die lustige Lampe aus dem Pixar-Vorspann... Oh, die Lampe. Okay, die müsste ich wissen. Die Lampe müsste ich wissen. Das Riesenrad über das Duke Caboom in Toy Story 4 fährt. Die Straßenbahn und die Arzt-Zirken-Pyramide aus Coco lebendiger als das Leben, sowie der Zeppelin aus Oben. Ah, doch, Oben. Ey, ich wollte gerade sagen, da muss doch ein fliegendes Haus sein. Aber gut, sie haben ja nur den Zeppelin genommen. Warum nicht das Haus? I don't know. Wow, es sind ganz schön viele, oder? Ja. Die Pixar-Animatoren haben mit ihrer Kunst, Easter Eggs in ihre Werke einzubauen, völlig neue Maßstäbe gesetzt. Es ist nämlich nicht selten der Fall, dass Pixar-Produktionen Hinweise auf Filme beinhalten, die noch nicht in die Kinos gekommen sind. So ist in einer Einstellung in Soul ein buntes Werbeplakat, auf einer New Yorker Straße zu sehen, auf dem... Warte mal kurz. Visit Portorosso. Der Film, das sieht doch aus wie der Ort aus dem Film Luca, ne? Im enthand geschriebenen Buchstaben Besucht Portorosso steht. In Wirklichkeit gibt es diesen Ort in Italien nicht. Dafür gibt es ihn in Luca, der ein Jahr später erschienen ist. Warte mal kurz. Also ihr wollt mir sagen, dass in dem Film Soul ein Easter Egg war, also ein Preview auf einen Film, der erst später rauskommt. Wie geil. Das ist ja genau wie dieses Easter Egg in GTA 4 im Freizeitpark, wo man dann ein Flugzeug gesehen hat, das nach Los Santos geflogen ist. Das auch, ja, also für den Teasertrailer benutzt wurde. Ich mag solche Easter Eggs. Ich mag es, wenn man dann in der Zukunft dann spekulieren kann, welche Disney-Filme kommen noch raus. Sehr nice. Wie schön es wäre, wenn die Geschichte unseres Planeten so verlaufen wäre, wie sie in Alu and Spot geschildert wurde. Denn dann wären die Dinos nicht ausgestorben und würden mit uns zusammenleben. Dieser Animationsfilm steckt übrigens ebenfalls voller cooler Andeutungen. Nehmen wir zum Beispiel die Szene, in der ein riesiger Tyrannosaurus Alu vor Velociraptoren rettet. Okay, er rettet ihn. Eine ähnliche Szene gibt es im ersten Teil von Jurassic Park, mit dem Unterschied, dass dort Menschen gerettet werden. Ja, okay, also ich meine, jemanden zu retten ist jetzt gleich nicht eine Anspielung auf was. Also die ist, die reicht mir nicht aus. Das könnte auch irgendwie gedacht sein, ja, wir müssen jemanden haben, der ihn rettet, wir nehmen ein größeres Raubtier. So ist es. Ihr ehrt euch, wenn ihr denkt, dass in den Pixar-Filmen ausschließlich Anspielungen auf andere Animationsfilme versteckt wären. Denn einige davon sind tatsächlich Querverbindungen zu Realfilmen zu finden. So gibt es in Alu and Spot eine Szene, in der Alu mit drei Tyrannosauriern am Lagerfeuer sitzt. Und einer davon, ein Walpien namens Ramsey, erzählt eine Geschichte darüber, wie es sich seine Schwanzspitze zwischen zwei Steinen eingeklemmt und anschließend abbeißen musste, um sich vor einer Herde Langhörnern zu retten. Diese Story korrespondiert in auffälliger Weise mit dem Film 127 Hours. Ah, wo dieser Typ da in einem Bergspalt drin gesteckt hat. Ja, und der war da 127 Stunden drin gefangen. Dessen Protagonist, gespielt von James Franco, sich seinen an einer Feldweil eingeklemmten rechten Arm amputiert. Boah. Am Ende des selben Films gibt es eine lustige Szene, in der Miguel an einem Talentwettbewerb im Totenreich teilnimmt. Da treten unter anderem Rockbands und ein sehr komischer Kerl auf, der alle möglichen Instrumente spielt. Fällt euch irgendetwas auf? Der Typ sieht ein bisschen, naja, weiß ich nicht, was soll ich jetzt sagen? Also der sieht aus wie jemand aus South Park. Also es gibt doch diese Emo-Leute, ne? Die Dreiergruppe. Der sieht so ein bisschen aus wie der aus South Park. Schaut genau hin. Er trägt doch dasselbe T-Shirt wie der böse Sid aus Toy Story. Was wollten die Macher vor... Oh, Leute, der war so ein schlimmer Charakter. Oh, die Animation war auch richtig hässlich damals. Es ist richtig gut geworden mit der Zeit. ...wollte damit sagen. Coco erschien etwas weniger als ein Jahr vor der Premiere von Die Unglaublichen 2. Und dessen Drehbuchautoren streuten eine der Szenen, die eine Straßenparty zeigt, eine dezente Anspielung auf der Superhelden-Sequel ein. Es handelt sich um ein Plakat an einer Hauswand, auf dem die Mitglied... Oh, yo, da sieht man tatsächlich das unglaubliche T-Shirt-Poster. Aber die haben so eine andere Maskierung, ne? Yo. ...wieder der unglaublichen Familie, wohlgemerkt im toten Look, abgebildet sind. Cool. Die Geschichte von Coco ist tief verwurzelt in der mexikanischen Kultur. Von daher ist es kein Wunder, dass den Zuschauern darin unter anderem ein Verweis auf eine real existierende Künstlerin unterkommt. So spricht Miguel in einer Szene mit einem weiblichen Geist, der Frida Kahlo sehr ähnlich sieht. Das ist eine berühmte mexikanische Malerin gewesen, die durch ihre charakteristischen Augenbrauen mit niemandem zu verwechseln... Achso, ja, das kann man tatsächlich sagen, das passt ganz gut. Ja, nur warum sieht die aus wie ein Skelett? Der Tag der Toten und die mexikanische Kultur sind die zentralen Themen in Coco. Das haben die Macher als Gelegenheit wahrgenommen, das Annenken ihrer Liebsten zu würdigen. Deshalb sind am Ende des Abspanns Fotos der verstorbenen Familienmitglieder und Freunde der Studiomitarbeiter zu sehen. Merida, Legende der Highlands dagegen, enthält weniger fiktive Elemente in der Handlung, als man hätte denken können. Erinnert ihr euch an die Szene, an der die Hauptfigur in den Wald flieht, wo ihr Irrlichter den Weg nach Hause und später zu einer Hexe weisen? Also, Irrlichter gibt es wirklich. Irrlicht? Ja, Irrlicht ist doch ein Pokémon. Nein, aber das gibt es ja in tausenden Filmen, Spielen, immer wieder was mit Geistern zu tun hat. Das ist ein seltenes Naturphänomen, das man inmitten einer Nacht in Feldern und Sümpfen beobachten kann. Was dafür verantwortlich ist, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Aber wahrscheinlich beruht dessen Entstehungsursache auf Biolumineszenz oder auf der Selbstentzündung von Sumpfen. Genau, Biolumineszenz, man weiß es ja klar. Natürlich, Freunde, wo kommt das her? Äh, ja, Biolumineszenz. Ah, ja, 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 ja. Die Macher von Merida, Legende der Highlands, haben viel Zeit damit verbracht, geschichtsträchtige Orte in Schottland genau zu studieren, um ihren Film möglichst authentisch wirken zu lassen. Nehmen wir zum Beispiel diese Landschaft mit aufrecht stehenden Monolithen, vor der ein großes... Ah, da war ich mal, Leute. Das war auf dem Trip vom Englischkurs in der Schule, als ich 13 war. Ich glaube, siebte Klasse war das. Da sind wir dann auch nach England Richtung London und so mit einer Fähre und dann mit dem Bus weitergefahren. Mit 50 Leuten, glaube ich. Das war schon ein cooler Ausflug. Und da haben wir einen kurzen Stopp hier gemacht. Aber ich bin ehrlich, ich war zu faul auszusteigen. Ich hatte keine Videokamera dabei und ich wollte diese... Die Steine haben mich null gejuckt. Warum soll ich da von Fotos machen? ...Russer der Handlung spielt. Diese gezeichnete Naturkulisse gleicht fast 1 zu 1 der Anlagen von Kellenisch, einer Steinformation der Megalith-Kultur auf den britischen Inseln. Und das nächste Easter Egg wurde aus irgendeinem Grund fast von niemandem entdeckt. Aber keine Sorge, wir zeigen es euch gleich. Es ist eine Szene aus Merida. Die rothaarigen Brüder der Hauptfigur klauten Torten während eines traditionellen Wettbewerbs in ihrem Königreich. Wisst ihr, wo es eine ähnliche Szene gibt? Im Zeichentrickfilm Aladin, der 20 Jahre zuvor in den Kinos anlief. Dort steht der treue Begleiter der Hauptfigur, ein Äffchen namens Abu, Wassermelonen auf dem Markt. Der klingt süß, der Affe. Der klingt sehr süß. Raya und der letzte Drache ist ein weiterer frischer Film aus dem Hause Pixar, der so einiges an Easter Eggs zu bieten hat. Da gibt es unter anderem eine Szene... Der Film sieht sehr schön animiert aus. Warum habe ich den nicht gesehen? Noch nie. Dieses Huhn ist auch einfach in dem anderen Film drin. Sehr nice, das Easter Egg. Nur die treuesten Disney-Fans können in dieser Szene aus Onward keine halben Sachen ein Easter Egg finden. Wir geben euch einen Chip. Fällt euch nichts Besonderes an der Uniform des Angestellten dieses Lokals auf? Das ist doch der Hut von Mickey Mouse aus... Oh, da gab es ja diese eine Folge mit dem Zauberhut. Ja, ich dachte aber, dass das normal aussieht, so ein blauer Hut. Das ist doch so ein Merlin-Hut. Das ist doch Merlin. Fantasia. Und jetzt die Überraschung. Der Zeichentrickfilm ist im Jahr 1940 erschienen. Und hier ist noch ein weiteres nettes Easter Egg. In der Küche des besagten Lokals hat eine Ratte das Sagen, die Remi aus Ratatouille total ähnlich sieht. Ein bisschen, aber nicht viel. Der Dialog zwischen den Hauptfiguren und einem Foul-Tier in der Kfz-Behörde ist wohl eine der humorvollsten Szenen in Zoomania. Ja, Leute, das ist Deutschland. Das Easter Egg an Deutschland. Deutsche Behörden. Yeah. Nice. Auf dem Tisch des langsamen Beamten ist ein Becher mit dem lustigen Schriftzug You Wanted When zu sehen. Und derselbe Becher taucht in der Fortsetzung von Ralf Reichs aus dem Jahr 2018 auf dem Tisch einer der Figuren auf. Ein weiteres Easter Egg im Chaos im Netz ist ein Miniaturnachbau des Königreichs Eurondel aus Die Eiskönigin völlig unverfroren. Sehr, sehr schön. Es ist eine Schneekugel einer Nebenfigur zu sehen. Sehr cool. Es ist für niemanden ein Geheimnis, das Pixar längst Disney gehört. Ein paar Jahre nach der Fusion fand eine weitere Übernahme statt, die die Welt in Staunen versetzte. Disney kaufte Marvel. Und seitdem erinnert es immer wieder daran in seinen Filmen. So ist die Hupe des Lastwagens von Hank aus, findet Story eine Anspielung. Ah, von Captain America der Schild. Na, nicht schlecht. Haha. Auf das Schild von Captain America. Manche Pixar-Fans sind der Meinung, dass alle Pixar-Charaktere in Wirklichkeit im selben Universum leben. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber die Szene könnte eine Bestätigung dafür sein. Ich glaub nämlich auch. Also das ist so wie das Marvel Cinematic Universe, das ist Pixar Cinematic Universe. Hier sieht Riley aus alles Shitkopf, Dory und andere Bewohner des Meeresbiologischen Instituts aus, findet Nemo. In Cars 3 Evolution trainiert Lightning McQueen in einem neuen Rennsimulator, auf dem er auf einem Band fahren und lustige Übungen machen muss. In dieser Szene ist ein Easter Egg versteckt, das sehr schwer zu entdecken ist. Gabriel, ein Kollege von McQueen, hat Heimweh und spielt man ihm, um ihn aufzuheutern, ein Video seiner Heimatstadt vor. Die Figur guckt erstaunt und ruft begeistert Santa Cecilia aus. Klingelt das bei euch? Nö, ich hab keine Ahnung, was er meint. Das heißt doch, die fiktive Stadt, in der die Handlung von Coco angesiedelt ist. Und die Trickfilme sind im selben Jahr herausgekommen. In dieser Szene versucht McQueens Chef Sterling, ihn zu überreden, seine Rennkarriere zu beenden. Ist dir ein Easter Egg in der rechten Hälfte des Regals aufgefallen? Also ich weiß nicht, welcher der Trophäen da meint, aber... Ah, der meint wohl diesen Kürbis, die Kürbiskutsche. Ja, Cinderella war auch schon ein cooler Animationsfilm. Vielleicht nahmen sie ja auch mal am internationalen Rennen teil. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass bestimmte Easter Eggs im Pixar-Universum von Film zu Film wandern. Wie etwa der Pizza Planet Truck aus Toy Story oder Mickey Mouse Silhouette. Es gibt auch zwei weitere Easter Eggs, die die Pixar-Animatoren wahnsinnig gerne verwenden. Das erste ist ein Gummiball, der in jedem zweiten Werk des Studios vorkommt. Er ist sowohl in... Warum ist es immer dieser Gummiball? Ist das ein Running Gag? Ja, ich glaub schon. Luca als auch in Coco zu finden. Und wisst ihr, woher er kommt? Aus dem allerersten Film, der von Pixar Animation Studios produziert wurde. Oh, also das ist ein OG-Running-Gag. Genau genommen ist es ein Kurzfilm, der zeigt, wie zwei Schreibtischlampen, eine größere namens Luxo und eine kleinere namens Luxo Junior mit einem Gummiball spielen. Und seit Anfang der 1990er Jahre ist die kleine Lampe Luxo Junior ein Bestandteil des animierten Pixar-Logos. Sehr cool. Das zweite traditionelle Easter Egg, das sich in zahlreichen Filmen von Pixar wiederfindet, ist A113. Das ist eine Einstellung aus Luca. Die hat auch die Kombination auf einer Zugfahrkarte auf. Ey, das sagt mir leider immer noch nichts. Was ist das? In Alu und Spot ist sie wesentlich schwerer zu erkennen, weil sie in den dünnen Holzstäben eines Hühnerzauns versteht. Warte, kann man da was lesen? Seht ihr da irgendeine Zahlenkombination? Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß es nicht. Das sind für mich Stäbe. Aber wofür steht sie eigentlich? Das ist die Nummer eines Raums am California Institute of the Arts, an dem viele Pixar-Animatoren studiert haben. Ah. Hey Leute. Okay, okay. Das ist auch cool zu wissen. Hätte ich aber nie drauf kommen können. Im Ernst. Da kommst du nie drauf. Aber ja. Leute. Das war es auf jeden Fall von diesem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches ist euer Lieblings-Easter Egg aus diesen ganzen Sachen. Vielleicht kennt ihr auch noch andere Pixar-Filme, wo es ein richtig cooles Easter Egg gibt. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. All dies raus. Haut rein und ciao. Ciao.